Tja. Wie ist das eigentlich mit in der Leinung, wenn du so frisst? Das ist so optimal, genau in der richtigen Stelle. Genau da, wo du die Füße bist. Stell doch mal die Stativtasche und den Troffer runter. Genau, jetzt muss ich kurz die Kamera rennen. Ah, jetzt hier so ist es mir, aber schön rüben. Ich muss mal die Kamera rennen. Die Kamera rennen. Es ist noch ein 3.2 Grad, den 54,5 Sekunden. Ich habe noch einen 3.3 Sekunden.